Gute, wie wir alle wollen in der zweite Stopp. Der zweite Stopp handelt sich um Er kann nicht allein. Ich kann nicht allein, es ist ein Ding, was wir sagen, wenn wir sagen, wir sind im Eng. Wir haben nicht die Macht, wir haben nicht die Kraft, wir haben nicht die Entscheidung da, in der Brücke zu verstehen, in der wir losloten von so einem Ding und uns nur das wem drehen tun. Gott hat das so wunderbar erschaffen, dass es so wunderbar ist, dass wenn wir uns aufmerken tun, dann passiert wird uns. Ich will nicht, dass es bloß alle automatisch passiert. Manchmal kann ich das, dass wir das, dass wir das selbstverständlich nehmen. Wir verstehen dort alle. Ich will ihnen dort nicht so weit bringen, wie wir alles verstehen. Some von den Dingen sind uns nicht klar. So hat Gott uns gemerkt, ob diese Welt, bloß zum Beispiel Tiet. Ich sage manchmal, ich habe, ob diese Welt, habe die Tieten, habe ich gesagt. Und wir fingen dort, ich habe es von fair Tiet und nur Tiet. So, dort ist ein Ding, was uns Verstand nicht begreifen kann. Wo kann es und Jäwe, was nicht Tiet hat. Und uns ist dort viel verständlich. Ja, wir haben dort, was wir verständlich haben, dass wir dort begreifen. So ist viel von diesem Ding, was Gott hat, dieses Ändernis, was uns als Tchäbi durchkreuert erklärt. So ist es, wie Tiet nicht kann. Ich habe manchmal gesagt, das Verstand recht auf. Und was viel mehr uns bedreht, merkt es, wenn wir uns mit so ein Bescheid hier tun, was wir nicht verstehen können. Und das ist ein von den Dingen. Wenn du denkst an Ewigkeit. Weil was wird sein, wenn die Ewigkeit erst zu lang ist. Weil ich habe nicht zu lang. Na, wo ist es möglich? Wir können nicht begreifen. Das ist ein Ding, da muss man bloß mal loslassen. Das hält nicht, wenn wir da gehen und denken, was hänger Tiet wird sein. Oder hänger Ewigkeit wird sein. Bei uns, wir verstehen bloß Tiet. Und ähnlich sind es von dieser Genode, die er gebt hat. Wozu gebt er uns diese Genode? Well, das habe ich auch nicht erklärt. Und bei das, das weiß ich. Und das ist ein Ding, was wir zusammen von den Dingen, müssen wir bloß einfach annehmen, so ist es sein und dann, wenn wir da wieder leben. War ein klein bisschen von, was ich gestern al hörte, in der vierte Klasse. Wir wollen uns aufmerken, zu Menschen, ja, zu Menschen zu Gott und auch zu Gott zu uns selbst. Unsere Sünde, die feilen wir. Das ist auch wahr, so ein Ding. Was sind Sünde? Wel, wir nennen das Sünde, was uns eigentlich wirklich gemerkt. Die Bibel sagt, was nun doodviert. Wir denken vielleicht so, die Sünde, sind so, was wir eine Haal angekommen, joh. Und, aber, weet ihr was, die vieren nun all zum Död. Wenn du mit Sünde zu tun hast, das bringt die den Död hier auf diese Welt. Und, was von Död? Wie würde es eigentlich nicht ganz schärfen, ja, Död? Aber, wenn du bei eben, was, wo du hast Sünde tun, du merkst die Op, dann jett, die je viele Död, wort die has. Die schuldt je viel, die hat Död, mit Opmerken. Und, das kostet die Död. Und, das Död, zu verstehen, muss wir auch wahrerken, wer, wort. Das jessliche Mensch ist, wort sich aufmerkendet. Das ist, die muss von heute aufmerken, sagen wir, joh. Und, das ist, wo wir von der und weil, bei den Klaassen haben, das fleischliche Mensch fing, wie in der kleinen Bibel, dass er gleich das diester Dollar aus das Licht. Fleischliche Sonne denkt, wie wir wollen das Ding verstecken. So ist es mit Geld melken. Wenn die Männer, wie Männer, können wir sagen, und wir einmal haben, in die schere Klampen Geld gemerkt, mit einem Hahnleber drehen, dann denken wir, wie das manchmal tun. Und eine andere frage, wie viel mehr ich? Well, das würden wir nicht sagen wollen. Warum nicht? Wenn es wie viele ein bisschen so, dass das meint. Das haben wir echt gemerkt. Das kann man die nicht. Und da, wenn wir, wenn die nicht kommen, wenn du wirklich den Klampen, was du gekriegt hast, aus dem Sehen von Gott nehmt, dann bäst du ab, dann hast du eine Freude, und dann hast du nicht Ding, das, was Gott die Anvertrette hat. So ist der Unterschied mit einer großen Arten gekriegt. Dann sagen wir, bald ab, ja, ich kann fünf Tieren tun, zum Hektar gekriegen. Oh, so viel, ich habe das nicht. Aber Tieren tun, ich habe das nicht. Ich weiß nicht, was hier in Bolivia ist. Aber Tieren tun, Korn, zum Hektar Jeftar zusammenstehen. Und da wird wahrlich von gerät. Warum? Wenn es dort ein Sehen, das ein Geschenk, was Gott uns gejieft hat, der ich, was er getan hat. Dort ist nicht, dass eigentlich mein Typ gejiezt hat, dort ist nicht mein Ding zu tun, mit meiner Kraft, meine Macht, dann sei wir ab damit, ja? Wie soll es sein? Das ist ganz hart, wenn wir sind. Aber hier sind Dinge, wo wir morgen da manchmal schwor, erst ab zu merken. Der Einzige war, ich wirklich ans Leben, ans Problemen und ans Troubles, was immer wir nachher wollen, los zu wollen, als wenn wir uns aufmachen. Dort wir einfach mal bedingungslos uns durchstellen, hier sehe ich, so sehe ich, erstens zu uns selbst. Das war das Bild, erstens zu uns selbst. Wie machte uns mal einig worden? Ich muss mich einig werden mit meinem Fleisch, das ich nun aufmache. Ich komme auf dem Licht. Ich will jetzt wissen, wer ich sehe. Um, dass das Worte, was das Fleisch immer da hat, mal oben war wird. Wenn es so lange es dort in dieser Straße ist, dann kann ich nicht diese Probleme loswerden. Ich habe hier noch ein Bild, was ich entwiesen will, das habe ich gestern noch, Psalm 20 versastelt. Das ist alles mal gehandelt. Wenn wir uns mal aufmerken, von uns in das Fleisch, was wir hier haben, ans Kota, was wir im Namen wählen, was uns immer anhängt, und wir wollen mal auf dem Licht kommen, mit dem, dass das mal zu sein ist, wer das ist, da ist, wo wir gerne mal einmal an der Hand Gottes uns befinden. Wenn wir wirklich in Wahrheit auf dem Licht kommen, ich sage manchmal, du hast eine Brücke gebetet. Da hat Jesus gebetet, da hat er gemerkt, dass die Brücke von uns Fleisch eben an der Hand Gottes nähen. Da kann ich nähen. Aber wir brauchen immer einmal auf dem Licht zu kommen, unter wem davon zu reden, uns selbst mal einig waren, nicht wo ich mal auf dem Licht kommen. Ich will mal sagen, wie ich sehe. Und weißt du, hier ist auch ein Ding, was wir vielmals an Menschen finden, dass wir da eine Sachen auf dem Licht kommen. Ich mag das an Menschen, weil die kommen und wollen sich uitschreiben, die reden erst von den Kliniken, wo sie mit Trübbel sagen. Und warum tun sie das? Hier ist ein feines Geheimnis, was ich Ihnen vertalte. Wir Menschen, wir wollen uns dort nicht groß so überdeilt zu kommen, warum nicht, wenn sie einen Eindruck haben, dass wir nicht im Dichter bleiben müssen. Und unser Verständnis geht Ihnen, unser Verständnis mit Ihnen, und meine Verständnis die Ihnen, es ist dort, dass ich mich nicht weit ganz auf dem Licht kommen will. Und weißt du, so sind wir so gut, wenn wir vom Dichter in den Dagen kommen. Für die erste Stoie ist ein Klinik, wenn sie auch erst mal tragelegt sind, dann gehen wir wieder im Licht. Und das ist ähnlich wie wir das tun. Warum? Wenn wir die Dichter loslassen, und gehen wir im Licht nehmen. Viele Menschen, wenn die Betanen kommen, und sagen, ich will im Licht kommen, die reden erst von all ihren Kliniken. Ich habe ein bisschen Trübbel mit meiner Frau, aber das ist nicht so schlimm. Und wenn sie heute, die alle da noch mal ein bisschen strüden. Die fangen wir an. Oder die Chanten sagen, ja, ich dring mich mal ein bisschen, da ist mein Trübel, ich würde gleich nicht mehr sterben. So, nattjes. Oder, wenn ich ein bisschen Trübel manchmal, wenn es sehr schlimm rumscham, dann werde ich mich mal ein bisschen beleidigen. So fangen wir an, jo. Weißt du, warum wir das tun? Heute mal an die Dacht. Wir haben nicht Vertrauen. Wir sind dann die Dichter eingepackt, und wir nehmen dort loslassen, das ist schwierig. Wo wird es dann von hier loslassen und dort antworten? Ich habe das Bild gestern von dem Menschen, der da trübelt. Die steht da nicht mehr, checkt nur Gottes Hand, und checkt nur sein Fleisch. Und das kriegt, was wir tun. Wenn dort mal einmal anwurscht, dass du hast die rechte Person, die nicht rum am Boden getan hast, die ja verräumt den Hort, wo du fehlst. Da haben wir einmal, checkt Meier rütt. Da vertalst du Meier, dann checkt Meier an Meier rütt. Das ist, wie Menschen sind. So, Gott hält seine Hohen der Haaren und, weißt du, wo ein Kind der hat, wenn du sagst, kostet kein Kind der Haare? Das sagt nicht für uns. Nicht warum, vor allem, die kennt das. Dann sagst du, ja, komm, hol dort. Dann fangt die Sache, das ist ein Mame loszuloten, und dann kommt die Sache, das ist angekommen, und passt ab. Was wirst du daunen? So sind wir Menschen. Wir brauchen das Verständnis, dass Gott wirklich woher ist und dass wir uns am Arm verloten können. So, das ist ein Bild, dass wir können sein, dass Gott seine Allmache haben und halb uns rüttet als ein Ort. Und wir brauchen, ob wir erst einmal vertrauen, dass wir uns an die Hände anloten und dass wir uns wirklich von Arm negativ gesagt haben. Und andere sagen, dass das ein guter, positiver Mann, oder eine Frau, oder eine Frau, das ist immer positiv, das ist immer mutig, das ist immer, das hat alle rot für sich, ja. So, das ist negativ, positiv, das bräuchte das ein Bild, was den Garten eingen wir. Der Garten wird positiv. Aber Gott hat ein negativer Baum gesagt. Und da hat Leute die Menschen wählen. Wo wollen sie eten? Von wo eine Frucht wollen sie eten? Sie können von alles eten, aber das ein Baum soll sie nicht. Wann sie waren, war sie gestorben. So, da wir in der Macht waren, wurde den Tod verursacht. Und weißt du, das ist, was hier passiert ist. Wir haben Adam und Eifer gingen an das Mädels der Baum, wo er die Erchantnis von Gautet und Baselgolf, und Otto davon. Und das ist auch, wie das durch die Positas. Die negatieve ding. Und von da an, ist die ganze Welt negativ. Und du denkst, vielleicht so, was die ganze Welt? Santa Cruz, New York, Mexico City, die große Welt, jo. United Nations, sei es auf Englisch, sind negativ. Ich würde das gleich anders zu drehen und checken an mein Wort nehmen. Mein Leben, was wir natürlich leben haben, war negativ. Und die Welt, die ich bin, der ich dort, wie von den Gehäten habe, ist ans fleischlicher Mensch negativ. Das ist, was wir verstehen haben. Wenn die fleischliche Sonne war, dann ist das negativ. Und so sind wir ganz rundherum am Gift, und Gott wisst das. Wir sind in dieser negative Welt, wo die Teufel die Macht genommen, jo. Und da hat er einen Plan, dass er das andere will, der ist wahre an seine Entscheidung. Wir können wahre die Entscheidung machen, dass wir wirklich wollen, und das Negative sind oder nicht. Und er sagt, in Matthäus, Kapitel 5, Vers 17, da sagt er, dass er nicht gekommen ist, dass er das negative weg ist. Und er erklärt er, dass er das negative weg ist, dass er das zu erfällen ist. So, da sagt er, dass er das, was seine Schade, was Gott Mosee geeft hat, das kann er nicht wegnehmen. So, wie er von da geklacht hat, dass er das, was Gott gemerkt hat, dass das Teufel jename ist, dass wir dem hier auf der Welt haben, die jeste, die hier in den Häusern doen, das ist eine negatiefness in dieser Welt, was du ihn echt mitraubst. Wir haben das mit. Und das müssen wir verstehen, dass er natürlich, fleischlich, sie, negativ. Das ist, was ich sehe. Aber da hat Gott ans Hortje, ans kleine Jungen, ans kleine Mial, dort bannen, ein positiver Ding bannen, wenn wir dort wollen, Jesus nennen zu nehmen, dann erfällt er dort. Und das ist, was passieren konnte. Jesus hat uns das ein, positiver, Pol, oder Baum gegebt, wovon wir von da oben eten können. Und das ist eine Entscheidung, dort braucht Gott, das Licht. Wie können Sie sagen, das ist das Licht, was er gebracht hat. Das sage ich, Johannes Kapitel 3. Das ist das Kapitel von der Niegeburt, wo wir nie geboren sollen worden. Da sage ich da, das Gericht von der, und als ich glaube, jetzt den einen hier in der Versch, da sage ich, das Gericht, was er gebracht hat, ist das Licht. So, das Tage Port, hier war das war der Tag, und da ist das Dagen, als wir gerne loskommen, oder erfällt worden, von einer anderen Macht, von einer anderen Kraft. Wo do wir dort, am Licht kommen, ans Opmecken. Das ist die Weg, wo wir gerne dahin kommen. Wir brauchen uns Opmecken. zu merken. Gott ist wirklich Wahrheit. Hier ist auch ein Trouble, was wir haben, und wir wollen uns Opmecken tun, und dann scheint uns dort nicht mehrlich zu sein. Und wir haben dort Pied hier, wie müssen wir einmal einmal anders nachecken, als dass dort bloß ein kranker Pied ist. So sieht gestern alle sein, in der Ferienklasse von, wie müssen wir einmal einmal mal checken, dass dort eine Erwartung ist. Nicht bloß checken, wie sind gebungen. Wie braucht es da sein, dass wir gebungen sind, anders fehlt uns nicht die Erwartung. Ich sage immer, dort ist eine Staube, eine Dähe, wo wir durchgehen. Aber wenn wir nicht an dieser Dähe stehen bleiben, dort ist es bloß schwierig, wenn ich alle meine Sünde oben bohren. Die können nicht sein, wie ich siehe. Ich fange noch nicht zu schreiben, dass ich alle meine Sünde oben bohren für alle Menschen, aber ich fange klar zu schreiben, dass wir am Licht kommen. Ich sage immer, mit meinen Sünden komme ich vor Gott am Licht. Und wenn ich wirklich um Licht komme, dann brücke ich auch eine Person, dort Gott, dass sie wirklich nicht passieren können. So Menschen sagen, die brücke sie erhebt nicht, um Licht kommen für Menschen. Die müssen im Gebet gehen, und sie sagen, alle zu Gott. Wir haben so viele Menschen geschaut, was die, die wir hier tun haben, und die sagen, sie kriegen nicht drauf, über Sinn. Warum nicht? Welchen kann ich erklären? Wenn du dort allein bist, der Teufel will, hat es aus. Dann brücke ich ein Mensch dort anwohren. Ein Mann, der hat sich verlebt, mit anderen Frühen. Und dann hat ein Prediger gesagt, die darfst du nicht zu dir in der Früh sein. Du kannst bloß zu Gott gehen, du brauchst nicht mal zu mir sein, wo er wäre oder was. Du musst im Gebet gehen zu Gott, und dort alle oben waren zu Gott, und dann wirst du Frieden zu dir. Und das Mann sagt, ich glaube, ich habe Frieden, ob ich falsch nicht wie ich war. Worum? Der Teufel ist vielmacher aus Wiesent, und wenn der Teufel kann die dort stellholen, dann weißt du, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, und das ist, wo der Teufel schaffend hat. Wir brücken Menschen, Gott haftige Gemeinschaft, hier habt ihr sie in, gemerkt, was ich erst sage, wenn ihr das Lichthaft hergebracht habt, und dort lebt eine Menschheit. Gott schaffte erst durch Propheten, und er schaffte durch Mose, durch Elia, durch Teufel Johannes, und sogar durch Jesus. Wir sind ein Ersehen, dem schaffte der Herr. Und da sind alle weg, Jesus ist noch im Himmel gefahren, nur habt ihr den Heiligen, jetzt hier, was der Menschen schaffte. Wir sind nur Gott in den Tempel, sag ich dir, der euch ansteht, hätte es schafften. So, wenn du weißt, die zu Gott oben bohren, dann gleich geht das, wenn du zu Menschen bist. Aus zu Gott. Du kommst zu Menschen, aus zu Gott. So, das ist ein Ding, wo wir uns gerne oben bohren. Und das ist das positive Ding, was Jesus hat gemerkt vor uns. Endlich kann ich mal besser sein. Das ist das, wenn wir um Licht kommen. Das ist das, was der fleischliche Mensch checkt. Der rohrt in das Krieg, so doof wie wenn wir um Licht kommen. Das ist das, was passiert. Und das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen. wenn wir wirklich um Licht kommen. Und das scheint uns, so ja, ammerklich zu sein. Nicht dies da. Das so dacht, dass es uns ammerklich. Und wenn wir durch, dass wir um Licht kommen wollen, dann wollen wir mal an, wer wir sind. Wir dachten, wir haben bloß ein Problem. Aber hier sind viele. Das ist das, wir machen, wenn wir um Licht kommen. Und das ist, warum man das fleisch so angst hat. Wirklich, um Licht zu kommen, wenn es wie weitergeht, dort anstatt nicht bloß die Kappe, anstatt die Böcke auch. Und nicht bloß dort, anstatt die Böcke auch. Und unser ganzer Blotsystem schafft er nicht mehr. Dort weiß wir alle, ob er das Schlimmste, was ich feile kann, ist mein Kopf. Ja, so sind wir natürlich. Und das ist auch mal unsere Trubbels. Wenn wir wirklich am Licht kommen, wir denken so, jo, das ist ein großer Trubbel, wenn wir nachher kommen, am Licht nachher kommen. Da haben wir einmal, da sind noch sehr viele mehr Trubbels. Dort haben wir seinen, wer wir wirklich sind. Und das ist, was wir in Jesaja 1, Versch 18 finden. Wann unser Sinn durch Blotraut sind. Gott konnte schnell weitermachen. So, wo er das schnell weitermachen, er trägt ihn an. Er trägt ihn an, wo er am ganz diestersten ist. Dort, wo er will sinnen. Dort, wo er will uns helfen. Und das ist, was wir beleven, wann wir wirklich am Licht kommen, dann. Wo fingen wir Gott an diese Sache? Fingst du Gott? Gott. Fingst du Gott an Leben? Ich sage immer, wann wir in so eine Trubbel sind, wo es warme ist. Dort haben wir allgemein nicht erreicht. Nicht von Gott. Nicht von mir selbst. Auch nicht von anderen Menschen. Auch nicht von dir. von anderen Menschen. Wir fingen an das viel. Ein Mensch, was in Trubbel ist, der würde viel von reden, ja, in einer Zeit, wenn das mal anders wird. Oder, wenn eine Prede ist, mal drumgolven an mich. Aber die geben nichts drum an mich. Bloß, die wird jälter. Die Joven, wenn die kommen, die wird fortbehandelt, wachsies und arme, und mich gleichs allemal nicht. So, an mich geben sie noch drum. Weißt du, worum das ist? Lichtet an jemand, Lichtet an eine Prede, Lichtet an Gott, Lichtet an wem, Lichtet an. Weißt du, das wird die Teufel ans Heim bringen. Dort sind unsere Trubbels, die wir haben, ans Markt, solche Dinge zu denken. Und ich will nicht sagen, dass nur jeder Prede ist vollkommen. Ich will nicht mal sagen, dass die Teufel vollkommen sind. Auch nicht. Aber die Teufel gleich dort, wenn hier uns kommen, dies da merken. And there's a Ding, und dort verursacht, dass wir einen arrechte Änderung kriegen von Teufel. Wie viel mit so einem Menschen geschaffen, weil er sei, ich sehe mich von Teufel. Wenn du mir weißt, man erfährt Teufel, dann geht. Ich brauche das Wort. Weil, ich darf da noch nicht vertreten. Dann will ich mit dem das Wort anfangen, dass ich keinen arrechte Änderung kriegen. Aber wenn er wirklich im Licht ist, dann verlangt er nur Teufel. Das ist das Gottes wird schafft. Dann verlangt er, ich soll nicht sein Teufel, sondern verlangt er nur Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft darf nicht. So hier sind wir einmal so eine Ding, wenn man es abmerkt, dann waren wir an, wo wir alle im Trouble sind. Dort, wo wir alle diese Augen auf der Fingenden sind. So sind wir mit der Vorderung. Ich spaziere manchmal mit jüngeren Jungen. Das heißt, 18 Jahre Jungen, 18 Jahre Jungen. Und die sind besorgt, die werden vor, die weiß nichts mehr. Die haben, aber das ist nicht mehr klug. Wie weit die Beter. Und ich war nicht vorig mit ihm, glaub ich das an mich nicht. Da ist er immer. Weit ihr was, wenn so ein 18 Jahre Jungen war, kann sich selbst sein. Aber einmal fehlt ihm an seine Forderung. Und das ist das Schaffende. An der einen Trouble. Wie schlitt uns Toe völlig. Wie schlitt uns Toe für die Positiven. Und da brauchen wir uns mal auf zu merken, dass wir in Wahrheit mal checken. Ich zei mal ein, dass wir nicht in 16 Jahre Jungen, wir haben 22, 23 Jahre Jungen, am Morgen. Wir waren befried. Und die kamen auch und fragt, Norroth, was er mit seinen Forderung. Er wurde befried. Und seine Frau wurde an, sie hat sich mit Schwerfohrer befried. Sie hat gedacht, sie hat einen jungen Mann, was sie an, sie hat ein ouder 16 Jahre Jungen. Na, das war ein Trouble. Wo er wird nun merken. Und schließlich, er sagte, er wollte sich selbst ein Forderung schiepen. Er sagte, die Forderung, nur du kannst meinen Brücken. Das ist der Forderung, den kannst du immer Brücken. Immer wenn ihnen fehlt. Na, weil ich früher nur die Mann fahren, und dann geht hin, weil ich den Trock holen und fragte die Forderung, was du mit dem Trock? Und ich will meine Forderung noch machen. Oh, sagte der Forderung, du hast es nicht nötig, ich darf ja noch mal nächste Woche auf der Ferien weg. All right? Ja, dann sag ich, das ist nicht nötig, du noch mal vor. So, das ist das Ding entstanden, ja? Aber dann ist das Problem, das hier leistet worden. Ich würde sagen, dieses Lied hat er nicht Mama und Papa verlaten, so was die Schrift sagt. Und dann sag ich, das wisst du Gott, mein Papa leidt mich nicht. Weil ich sage, wenn die Papa nicht leidt, hat sie nicht so befrieden. Da wird Gott gesagt, wenn du dich befrieden hast, wenn du nicht früh was hast, dann verlort man Papa. Das ist das, was die Schrift sagt. Und er kommt ihm da mal, er sagt, das ist ein Trouble, was du hast, das ist leider viel mehr, aber dort, schließlich sehe ich dir, da mal all das, was du hast, abräumen. Du wirst gleich, wenn dein Papa mal sagt, ja, nun kannst du befrieden sein, nun kannst du dir in der Weichkunde, aber du ist mal dein Ding abräumen, was du hast. Nein, früher mal Papa, kann ich selbst wieder sein. Und das ist, was passiert. Er kommt, wenn er seine Trouble hat, dann ist er, ganz einfach, dass er sagt, Papa hat gesagt, ich will dich lange mal loben, selbst, aber du hängst noch einmal an mich. Und so ist das, das Mann, der sagt, er hat immer noch Papa eingepackt, er hat ihn nicht verlassen. Und der Papa feilt das, das Junge weiß ich nicht, der mag nach jeder Ding freund kommen. Er geredet mit dem Papa, sag ich dir, das seht wie vor zum Anfang, dort den Tragkosten nehmen, wenn du weißt, das Diener. Worum kommt er mir immer freund? Oh, er will so fein sein, ja. Und da sind Troubles, wo wir nachkommen, da ohne was wieder einmal sein kann. Gottes Wort, sag ich mal, am Papa verlassen. Da hat er gelesen und bloß am Papier geschoben. Papa, lad mich nicht los. Weil er mag sich nicht los, nicht? Und so sind viele verschiedene Troubles, wie man einmal will, um Licht kommen, mit wie wir sind, und seine. So eine Freundschaft, das braucht eine Gratere Macht, als wir große Zelt haben. Wenn wir diese Freundschaften wollen merken, dann müssen wir wahrer der Hand kommen, was ich verklaas hat, eins, 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 eins loslassen. Wir müssen uns glauben auf das Wortgast, auf die Wahrheit zu sagen, weil wir diese Stad nachher wollen, und dann wirklich in diese Wahrheit wiedergehen. Aber an sie Troubles. Aber an sie Troubles. Du setzt die ganzheit viel besser, weil du wirklich mal eine Wahrheit die aufmerkend ist. Und das Opmerken ist ein von den wichtigsten Dingen, was wir brücken tun, dann wirklich am Licht kommen. Ich zei, du musst dir der Opmerken, wo das Licht nicht schienen kann. Solange du dir der Tau hast, dann schien das nicht. Dann ist das alle Tau. Weil wir wirklich Opmerken tun, kann das Licht nicht schienen. Ich habe hier ein bisschen von feier, verschiedene Gemeinschaften, wie ich in Klima will reden, wo wir te Opworen und was wir kregen. Eerste, Gemeinschaft, was wir brücken mit uns selbst. Wenn du, an die eine Fleisch lebend ist, an die eine Ecke lebend ist, dann hast du gleich mit die Gemeinschaft. Du rast, dort hing er an, was du feils mit der Tauste Dreckt. Wer hat eine Gemeinschaft, was meint die Gemeinschaft? Das wird die Gemeinschaft haben, mit was hell geht es zu tun. Wir brücken das natürlich auch. Aber Gemeinschaft ist ein reines Ding. Und diese reine Worte, Gemeinschaft, mit die selbst, als wenn du erst abrechtlich bist, mit die selbst. Ich vertal das, von wo die Drinker sich verliehen. Das habe ich vielleicht nicht hier vertal, aber die Drinker legt sich vielmals selbst ver. Die macht sich selbst die Schicht ab. Und weißt du was, nicht bloß ein Drinker hat, sondern was auf die Viehle lebt, der legt sich auch ver. Der legt sich da noch ver, wo er feilen hat. Und das ist zwischen dem fleischliche Mensch und dem jeselige Mensch. Der fleischliche Mensch sagt, nur wo ich bloß. Und der jeselige Mensch sagt, nee, ich werde mich eigentlich feilen. Das ist wie man manchmal sei, wir haben Konferenz. Wir twiebeln, twiebeln, denkst du dort, reichte Wurt. Wenn wir twiebeln, wenn die Bibel sagt, und twiebeln, beständig in all seine Dinge, was er hat. Sodass keine Beständigkeit. Und dort ist, wenn wir wirklich mal eine Wahrheit kommen, dann hat man einmal die Gemeinschaft mit dir selbst. Du feilst die Gott mit der Entscheidung, was du merkst. Du hast diesen Schlotter, was du feilst, das wird voll. Das hat, was du tun. Andermal, wenn es fleischlich ist, dann ist der Krieg anders. Hier ist eine Gemeinschaft erstens mit dir selbst. Die zweite ist, mit dir nur der Mensch. Wenn du wirklich weißt, Gott seine Leben erfohren, und weißt du was, je würde sagen, vielleicht wird wir mit Gott die erste Gemeinschaft machen. Aber ich sage, man wird das jetzt staub für staub. Wenn wir Gott nicht können, brauchen wir erst einmal eine Gemeinschaft zu machen. und dann gehen wir nach dem nächsten Mensch. Und dann haben wir mit dem Gemeinschaft. Das, was ich erst sehe, im Moment, was ich verlebt habe. Das Erste, was er heute sollt, dann ist er mit sich einig geworden. Da hat er sich verloren, so ist das. Und er will, nicht los, und dann nach dem nächsten Mensch kommen. Dann machen wir sich da oben. Und wenn er dort ist, dann kann er zu der anderen Welt, zu aller Menschen oben sehen. Ich sage, wenn wir dann da wollen nicht oben merken, dann sehen wir oben. Dann ist er ein Ding, wo ich da vor habe. Das ist ein Ding, wo ich mich verstecken habe. Ich habe sie ab, zum Vertrauen. Und die letzte Gemeinschaft, ist, wo wir wirklich mit Gott eine Connection kriegen. Und aber was ich sagen will, Gott seine Gemeinschaft fangt, bin ich eigentlich auch. Aber das fehlt mal, wo wir nicht erinnern. Wir sagen manchmal, wir tieren Gott noch nicht. Wenn ich auf meine Früh oder eine andere Person gehe, dann sehe ich nachher, man hat wirklich eine Gemeinschaft. ja. Und diese letzte Gemeinschaft, wo wir mit Gott anfangen, zu leben. Das war uns an seine Entscheidungen, weil wir uns aufmachen. Und dort brückt diese öppene Gemeinschaft mit Menschen, dort ist, wo wir Gott seine öppene Gemeinschaft genießen, an wollen. Wahrheit, ich brückt manchmal ein Beispiel von Corona. Wenn ich hier eine Corona haben will. Gott seine Gemeinschaft, die kommt hier an, und so lange wir es wieder zu holen, dann feilen wir noch von dieser Gemeinschaft. Ähnlich ist das mit uns aufmachen. Wenn ich auf sein will, um Licht sein will, und ich gehe an Gott seine Licht an, dann sehe ich auf von Menschen. Dann sehe ich von Menschen im Licht. Und ich lege mir an, wann ich dort erst immer eine Leute an Menschen. Und das ist endlich, was ich hier rückbringe, weil man es aufmerkt, dass wir verstehen, dass ein öppener Mensch das ist auf von Menschen. Ach, das ist nicht toll. Die können reden von seinen Trübbeln. Ein Zeugnis hören. Wie hier die jester Samarie ist ein Zeugnis. Weil die Person wird nicht toll geschlossen, weil wir auf mit seinen Sünder leben, dann sage ich, hier sehe ich, oder hier wie ich. Und durch Gottes Genut sehe ich, wie ich nur sehe. Und das ist ein Zeugnis, was wir können das nicht zu verstärken. Das ist alles da. Wir stehen in Tau, hier sehe ich, dann sind wir auf. Und das, was das Brücke hat, das ist das Licht, wo das von reden hat, wo wir ankommen können. Johannes 3 war, ein Vers, was wir da fingen, das ist glaube ich der 21ste, da sage ich, dass wer die Wahrheit hat, die kommt am Licht. weil das in die Wahrheit offenbar wurde, und das war ein Gott getan hat. Das ist ein Feier, ein Zeugnis, an dem Vers, was wir immer so ja wie es ist. Wer die Wahrheit hat, das ist bloß die Wahrheit hat, mit dies alles, mit ihnen in das Leben, dann wirst du anderen. Klien wird wieder von Jefeellen. Jefeellen waren, haben wir auch ein Thema an das, wort dort das. Wenn du die aufmerkend hast, dann hast du sagst, Jefeellen. Das ist ganz klar. Ein Gefehl, als Schämen, Ein Gefehl, als Badrness, die feils Badrness über was du da hast. Es sind verschiedene Jefeellen aus dort, wort die Reicht kommen da. Weit je wat? Dort sind die Jefeellen, wort die Zotan und in die Hunde geplant. Und da fingen wir so klar von auf an, Adam, das ist der erste, was wir da fing, ist, wie schämt uns. Sie sahen, sie werden nötig, und dann schämt sich. Und da ist es ähnlich, wie viele, die wir kriegen, waren wir aufmerken. Wie seien wir, wer wir sind, dann schämen wir uns. Das sind die Feu, die wir kriegen, dann wurde nicht geplant, das von dem Teufel. Ich sage mal, Gott hat das Schämen, was er merkt. Dort hat der Teufel gemerkt, dass wir uns schämen. Oh, wie würde es sein, wenn ein Mensch sich niemals schämt, so ein Mensch ist nicht gebrochen. Mein Vorderseht, wenn ein Mensch nicht doll ist, ist nicht gebrochen. Der macht vier Haar, ja? Aber das ist dann der, der nicht wird. Weil, ich glaube, dass es noch ein anderer Modus war, dass ich nichts von reden will. Das Schämen vor Licht, das schämen von dem Teufel. Der will nicht hören, wie sie alle am Licht kommen, mal aufmerken. Wirklich, das ist ja für meine Gefühlen, was wir tun. Und wahr, das sind verschiedenste Menschen, die wir sind. Wenn du um Licht kommen, wird sicher ein paar von denen sich unmöglich verfallen. Wir haben die Gefühlen. Wir schämen uns, fleischlich überdelt zu kommen. Aber hier war die Entscheidung, was du mit deinen Gefühlen tun willst. Weißt du, ob du deine Gefühlen leben oder weißt du nicht? Noch ein Bild von Johannes. Du sagst, wenn Jesus uns frei merkt, dann sind wir reich frei. Deshalb checkt du mein Andergesicht, wenn es heu feilt, frei. Und weißt du, deshalb kann er mal einmal feilen, dass sein Wort ist frei. Er kann die Sünde noch sagen. Das ist so, wo du wirklich sein Wort auf dem Beispiel zu einer Person und zu Gott. Hier sehe ich, habe sie gut geschaut. Ob er sieht, dass er warm hier nachlegen. Woran? Wenn es er weitet, dass das Wort nach was kosten. Und das ist ein anderes Ding. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, wenn ich sie in einem Kreuz absehnehmt, entfalle ich mich, dass es mich nicht wird. Das ist nicht wird, ein Jünger zu sein. So, das will ich euch erklären, wenn du dich aufmerkend hast, dass man einmal erst das sehr gut feilt. Und das wird viele Menschen sein. Wenn sie einmal kommen, nur ansonsten, schäden sie ihn mit, dann sind sie so dankbar, die haben einfach ein ganz anderes Gesicht. Die sind ganz frei. Und dann werden sie manchmal fragen, muss ich das noch zu Janem kommen? Ich sage manchmal, ich will die nicht sein, du magst. Das ist nicht allein, weil du das freust, würde ich euch verlangen, Janem um zu verhalten, um zu sein. Na ja, aber wo soll ich das über dieelbringen? Weet ihr, sie sind da noch. Und wir sehen, was ist schon frei. Und hier sind Dinge, wo Gott uns leidend hat, mit einem Licht kommen. Weil wir dort lachten, wenn du wirst von dem Schweinstall, das wir gestern der Geschichte hatten, du wirst aus dem Schweinstall ganz gerissen, verstänkert hier herankommen, wirst du hier im Dach ein Licht, manche Jahre. Wollange wirst du die Magdlicht feilen, mit deinen Kleidern durch? Ich glaube, du wirst meistens für die Bootstuhe absägen, nicht? Du wirst uns begrüßen hier, dann wirst du sagen, weißt du was, ich soll gerissen, ich würde mich gleich unterboden. Nein, ich würde mich nicht unterboden. Das ist, was wir uns aufmerken, da haben wir einmal Brück, wie auch noch, das aufzuleihen. So ist es in Kallassa 3, das ist ein Vers, da sage ich, da trage den ollen Mensch mit seine Worte üt. Und das ist, was wir dann tun, was wir aufmerken, weil wir die Kleider üttreiben, und so ist das Vorder, da sage ich, dass das Junghaf sich nie die Kleider erholt, da sage ich, der Vorder, die trage ihm reine Kleider an, die gaufe ihm ein Rink, und was gaufe die dem alle, ein Möge eine schöne Malti dreht, und wir schafft dich. Weißt du, das wird passieren, wenn du die einmal aufmerkend hast, dann da hat Gott diese Leidung an dich, da muss einmal Christen ein Verlangen, diese Gemeinschaft, das Gaudige Feil, auch noch da haben. In welcher Möte kann ich sein, dort ist, wo ein Stoffel der Charpa anfängt, lebendig zu werden. Das sagt der Räumer, ach, fahrschall. Da sagt er, dass wenn das Jäßt, was Jesus zu dem Grauf rät holt, wenn der Jäßt hier bei mir wohnt, dann wird der Jäßt, mein Stoffel der Charpa, lebendig mehr. Und das wird passieren, wenn wir schon gleich kommen. Dann haben wir einmal, trage wir uns alle Charpa üt, macht seine Worte, und das ist dann auch alles, wenn wir hierboot sind. Dann trage wir uns noch an, mit anderen Wöken. So, das hat mit den vielen zu tun, und ich will die Motorspräcken, wenn du mal einmal schämen hast, beim die Opmelken, das ist was dein Fleisch da ist. Wenn du dein Fleisch weißt, dann weißt du nicht schämen, dann jäßt, warum die Stränen haben? Das ist was es an Böden, weil er ist auch, die Opmelken kommen, und dann, oh, ich sehe viel, dass ich das auch wieder gehen kann. Ich will mich schon antragen. Weet ihr was, das sind so, die hat mich ankommen. Wenn sie sind, 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 wenn sie sind. Wie Brücke, das ist so, die Ries ist, wie sie sind, am Licht kommen, und uns Opmelken, dass es wo, an sie sind, und gleich werden ist. An sie Seil, ich liebe es von dort reden, an sie Fleischel, an sie Seilische Gefehlen, an sie Seil, als die, was ever checkt in dort. Dort ist die, was er begrüben kann, am Anfang redet, von wie kann er das Tid begrüben. Die Seil kann mich er begrüben. Die kann durch den Glauben an Jesus Christus eine Wahrheit begrüben. Die braucht nicht zu weiten, alles, was Gott hat, ob ein Ding weite, dort Gott ist Gott. Gott ist die, was mir ratet, Gott ist die, was mir Verlösungen gegeben hat, und die Seil, die Gericht in Frieden, ist die Gefühle, die Gericht in Frieden, und, wann die Kleid auch gerüßt sind. Dort sind andere Gefühlen. Manchmal hast du Angst, wort von Angst, nicht über die Sünde, was ich da habe, über die Trägefalle da haben. Das, was viele Menschen sind, wenn die in den Zentrum kommen, und dann war einmal der letzte Weg, dann wählte ich mich in den Office. Dann kommen sie und sagen, mich ist Angst. Wo wird es sein, wenn ich da rauskomme? Wo kann ich stehen bleiben? Die Angst kommt aneinander. Das ist eine seilische Angst. Dann gehen wir, warum, die Bede, ein prachere Gott, Jaff, Arm oder Aar, ein vorster Glauben auf die, wenn sie selbst, kann allemal nicht stehen bleiben. Wenn du die Worship Gott verlassen, die wird die durchhalten, die wird die Rütt bringen, und Jesus ist dort herkommen, Hau dich an dem. Ich kann die nicht helfen, ich war nicht mit dem, aber für die Rütt, ich will für die Beden, aber Hau dich an Gott in der Hand. Hau dich an der Fass. Nächstes Mal, wenn du schwer hast, dann geh mit dir in den Frütt, dann kannst du nicht mehr mitkommen, dann musst du allein stehen. So wir brücken dich loszuhalten, wir sind einmal gepackt, wie war er an, fleischlich, ja, ich wird gleich, wenn ich kann, so haben wir Gott, die Angst gesagt, weil die eine früher sieht, wie werden sie hier sterben, niemals. Ich sagte auch, weißt du was, dort wird du von mir gleich, das Wort, niemals sterben. Das, was du von mir nicht gleich, das Wort sterben. Sie sagen das auch. Ich will er bloß noch behalten, was einmal sie, ihr treten hat, von uns, von mir und meine Frau, das ist das, was Gott gegeben hat, noch kannst du dort treten. Das Wort nicht sterben. So das sind Dinge, aber die feilen so, wo dann, wenn wir mit dem Fuss fahren, wo mag ich dann angehen, nicht? So leicht sind, wie war er, packt mit dem An, so dass ihr auf ihr fühlt, das ist eine zäulische Angst, dass wir da wirklich im Vertrauen und vor Gott, als die, was uns wirklich geholpen hat. Einer, der will eine Fonnummer haben, ich will die Fonnetje anwenden, ich weiß, wenn ich schon zu sein, mir fehlt die zu Fonen. Weil ich sage, ich kann meine Fonnummer haben, aber du hast, Johannes 3, 3, das ist ein Fonnummer, das hast du. Johannes 3, das ist ein Fonnummer, du dort. Wer da gelieft, der wird geraten. Und wir brauchen wirklich ans Glauben an Gott und zu connecten, ob zu melken. Wenn wir das beleben wollen, dass eine Bedingung wie, und da heißt es, dass wir wellig sind, ans Fleisch, um die Ritz zu drehen. Das erste Korinther Kapitel, 1, Vers 18, da sagt es, wie wird er selig sein, ans es der Ritz, eine Gotteskraft. Aber für dich, wird er nicht gläubig sein, als es die Natur hat. Und das ist ein Ritz, und das brauchen wir nicht bloß einmal zum Frieden. Das brauchen wir alle Dagen. Wir brauchen unsere Laster, unsere Troubles, unsere Beleidungen, unsere oude Weidehäuser, durch die Ritz, die alle Brücken, um das loszuwerden. Jesus hat gestorven, und was wir am Anfang hatten, nicht bloß um unsere Sünde zu vergeben. Er hat auch gestorven, um uns zu heilen. Und er hat auch gestorven, um uns das Licht zu bringen. Und er hat sogar gestorven, um unsere Wunde, was er hat, verbinden. Und ich sage manchmal, wenn wir uns auch betieren, dann ist es, wenn wir eine Operation gehabt haben. Und das geht vielmals, eine Tietje lang, aber dass wir viel alle weg sind. Manchmal sogar eine Norm-Operation fehlst du mehr, weil das auch ein Firm-Operation. Und das ist was passiert, wenn wir uns betieren. Das ist nicht, dass nun alles glatt sind. Ich sage, das fällt sich gut, wenn uns Trubbel wach ist. Wir haben es im Krieg, die Dagen losgelaten. Aber wei doch, die Aftung, die Machen hängt an. Die Koste hängt an, weil ihr seht, wo es gegeben hat, dass ich hier losgeworden habe. Hier habe ich im Beste, die Petrie ist doch mit ihm, und hier sage ich, dass er die Hänge abhebt, und hier ist die Matthäus 2.8. Aber dieses Mann, die Drage seine Last noch mit. Und ich will nicht sagen, dass er niemals betiert ist. Er kann betiert sein, aber er lässt sich nicht in den Krieg. Er ist noch besorgt, dass er das Ding hier behebt. Ich sage, die checkt Krammerig, ich rauf nur die Ere. Und deshalb checkt er nachher. Und was noch ein Fahre ist, was er zeigt, dass er sagt, das ist eine Schmiede in der Sorge auf dem Haar. Das zeigt nicht Leid, das ist noch ein Anhalt von Schmiede. Lade dich los. Wenn du dich mit dem Haar hast du dich losgeladen. Und das ist ein Trouble, wenn wir uns alle abmachen. So, dass ich jetzt sehe, wenn wir einmal im Licht kommen, und seine Babys sind, dann back wie dringend ist drin. Ich habe einen Mann, was er mal gesagt hat, den kriegt das, wenn sie leben, er hat sich auch verlebt, dann fragt er mich, mag ich noch am Ältesten gehen, dort oben. Weil, ich sage, ich will nicht sagen, dass du magst, aber wenn die das anlegen hat, wenn das Gottesstamm ist, ich soll am Ältesten gehen, dann gehen. Na jo, aber da mag ich noch eine Werküte geschlossen sein, sage ich da. Weil ich sage, was ist dort? Was baut, wenn sie die Utschleuten? Der Utschleut ist nicht für dich geschrieben, das ist für die Gemeinde geschrieben. Man sagt, die Utschleute, dann darfst du nicht alleine dort Zeugnis hier verkaufen. Begatt, wirst du nicht Utschleuten. Na jo, aber dann wird mir in der Früh sein, wie ist der Himmel der Tau. Na, dort sind, davon hätte ich nicht toffen, dass der Früh, da wird es auch ein. Ich sage, was ist wahr, wo wirst du anholen? Wenn du deine Sünde hast oben worden, du bist frei geworden, ich sage, was danach passiert, wird passieren, was da passieren wird. Na jo, sage ich, das gleiche nicht, wenn die alle reden, von wo, ich sage, von Hura sie gewaßen. Oh. Ich sage, dann ist das noch nicht ganz klar, Mati. Denkst du gleich an, dass Gott sagt, dass wenn die Sünde verjiffen sind, hat das die im Däubsten Männern, das ist da wahr. Du hältst die Hunde noch vor. Das ist nödlich, dass du dich loslatsst. Und das ist ein Geheimnis, was wir auch finden können. Der Biespahl, was viel gebraucht, von unsere Sünde, wurde von Gott, am Däubsten mehr, verzunken. Na, wenn die andere von meinen Sünden reht, dann sage ich, nun holt die die weiterhout. Weet ihr was, wenn Gott die dann an das, dann holt die keine weiterhout. Wer die hält, als ich. Wenn mir das paar hat, wenn meine Sünde, was ich für meine Bekehung getan habe, oder noch meine Bekehung getan habe, wenn mir das paar hat, das sind die Sünde, was ich hier noch mehr gedreht. Wenn ich die loslats, dann sind die ein Gott getan. Und das ist ein Ding, wo ich jeden gerne prüfen kann. Wenn die nicht das bedroht hat, wenn die um Licht kommen, und die sind um Licht, und der andere redet, ja, schau mal, dort ist die, wo die glattst. Sachen, sie bloß zu stehen. Nennt die dort badern, das. Dort, die auf die eine Gelegenheit, das ist nicht ein Trubel. Deshalb sage ich, ja, wenn ich dann, wo ich von den Leuten in den Haus komme, wie in den Haus war, die Jungen, die alle anstehen, was ich von den Hüren sehe. Ich sage, schön, dass die auf die eine Gelegenheit ein Zeugnis zu sein. Holt Charakter schnell. Stuhl für die Jungen, und sage, yes, die sind alle reich. Ich bin wie ein Hüren, weil ich Gottes Genut habe, dass ich loskönne, und ich bin alle diese Friede, die ich trete. Dann kann es den Zeugnis sein. Dann sind die Sünde immer wach. Aber solange ich mich schäme, dass ich mich selbst nicht verjiebt habe, dass wir uns selbst verjiehen. Dort sind so ein Ding, wie uns ist es nicht gut genug. Uns schäme, dass wir uns selbst nicht verjiehen. Da braucht keiner mehr von der Rede. Sieg mal schnell. Das hing an mich. Da habe ich... Wach, ja? Aber wenn wir wirklich los sind, dann brauchen wir da zum Zeugnis sein, von was wir los sind. Und das ist ein Ding, was wir können kriegen, durch die Gnode. Andere Dinge sind Sorge, Weidung, Trubbles. Wenn du Jungen hast Weidung gekriegt, das sind auch so ein Ding, was du auf die Regen dreigst. Da sind viele Menschen, die in verschiedenste Weidung sind. Und einige sind Eigenlied, sei er zwei. Sommige sind mit den Älteren, sei er zwei. Sommige sind mit den Gemeinden, sei er zwei. Die haben alle Hunde beleefd, in die jungen Jahre, was sehr schwer als sie warst. Und sie haben alles noch gebracht. Aber das sind zum Beispiel Dinge, die andere mich haben angedoen, und ich kann das nicht verjeden. Einmal war, wenn ich den Menschen traf, dann fällt mir da ein. Und so sind die Dinge, besonders was Duipen, die viele hier hat. Das sind die Dinge, was wir dann mitdrehen tun. Das sind die Dinge, was uns Bader tun. Dann haben wir eine diastere Plake, in uns Hart, wo die Teufel kann mitwirken. De wel. So das sind die Dinge, was wir auch loslassen, um Trieb zu tun. Wie können das loslassen? Wie können wirklich in den Glauben, um Trieb zu tun, und leidig zu haben, und in dem Namen, Jezus, in Teufel, die Beide, das Lot echt heiligen. Dort haben wir Weide tun, aber durch Jezus Christus das erste Heilung, wir brauchen das nicht mehr Weide tun. Früh ist, was in anderen Tüten sind, gleiche Tebrücke, das ist ein Beispiel. Und so schwer sind es, die haben manchmal Spuss mit dort, und die sagen, wenn er früher in anderen Tüten ist, dann können sie so ein Ding, was die immer viel eten wollen, und dann geben sie so viel, dass sie sich immer eten tun, dann kommt er wieder an das Bild, ja. Das ist ja rot. Weil, was ich verrede, rückbringen will, ein Mensch, was an dieser Dupe gefehlern ist, die hat man einmal so viel, dass er das anfängt zu ekeln. Und dann ekelt das. Das kann 20 Jahre später sein, das gleiche sein nicht. Weet ihr, das sind so ein Ding, was die Hoffnung hat vor. Ich meine, das ist ein natürliches Beispiel, ob ein Charakter so jästlich. Wenn du was beleid hast mit einem Prediger, oder mit einem Vora, und du hast das so weit gedaan, als du die behandelt hast, das sind die Dage, was du dran hast. Und wenn du da dräuern hast, dann trägst du dir da, was du beird hast, nicht da, was du boven hast. Und das habe ich los, das habe ich in einem Krieg zu dräuern. Ich kann auch weiter ein bisschen von der Geschichte von den Verlorenen sehen. Da wollte ich nicht so viel von denen reden, als von den anderen sehen. Da werden zwei Verlorene sehen. Wie wenn wir die Geschichte lesen und hören, dann denken wir, wie viel muss da alles bloß an das eine einsehen, was da wirklich sein haben geht, sein aufgeht, aller Verprasenheit. Und was wir mit dem Anderen sehen, und ich weiß, wie ich lange träge heute in meiner Office und sage da, ja, ich habe sie im Zentrum gekommen, aber du glaubst vielleicht, ich habe sie auch einen sehr groben Sender. Und da wirklich ich jetzt nicht. Hm, okay. Gut, es erscheint, wenn du nicht passt. Ich habe bloß ein kleines Ding, was mir fehlt, zu anderen. Und das würde mich eigentlich herkommen. Na ja, ich dachte so, habe ich nicht die Verlorene sehen, was ich war hier und alles verprost hat? Habe ich die gewaßt, aber nun wäre er nicht mehr. Und nun wäre er all das andere sehen geworden, dass er noch ein guter gemerkt hat, aber so ist die andere die, dass wir so viel schlechter als er war, dass er sich bloß gewicht trage in das, wie er lebt. Und das ist was wir viel machen. Und ich sage manchmal, ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, aber manchmal wird ich rede von ein guter Gemeinteständer. Schauen Sie das Wort? Das sind gute Gemeinteständer. Die doan sie bei der Oms, guter Freund sein. Bei der Prediger, die hat die guter Freund. Und die gute Gemeinteständer, weil ich ein klein wird von reden, die sind nicht bloß da, eine Gemeinteständer, die sind hierbei. Wie schaaf noch mit euch? Wie macht das Haus tun? Wie sind auch so, dass wir sehr leicht mit denen, eine andere, ja, wenn ich so schlechst die Sjana, dann würde mir auch fehlen, dass ich die Büsse da, aber ich sie nicht so schlechst, ich habe bloß ein klein Betttruppelst. Und das ist was ich manchmal mache, wenn ich da ein euer Lied kriege, die sind gute Gemeinteständer, spät, aber das schaaf nicht. Warum schaaf das nicht, wenn die Büsse nicht so, gute Gemeinteständer sind? Die haben beide alles recht gemacht. Aber sie weiß, die Büsse hat die andere manchmal einen fehlen. Dort, weiß ich sie. Und, na jo, die würde vielleicht sagen, ja, ich habe nicht ganz vollkommen, ich bin ein praster Mensch, ich bin, ich mache, ich mache, ich habe, ein Opa, wenn Jana nicht all diese Dinge duid, dann würde ich wieder tun. Dann würde ich nicht so viel baden. Das ist ein Ding, was wir machen können, wo wir auch mit Top sind. Das ist auch ein Ding, wo wir mit dem Licht kommen. Man muss toasten, dass sie fehler, dass sie duid, was die Trouble meldet. Wenn sie sagen, wenn du eine Sinn hast, in die Frühhafen 91, diesen eine Sinn ist für die Wege aus dem 90, die in die Früde hat, oder haben gedreht. Wenn die Mann 91, du hast einen diesen Sinn, da bist du verantwortlich wie Gott. Wenn du dich im düsteren Hals, dann bist du eigentlich. Die mag das nicht glücklich von dem anderen Sinne viel zinde. Wie Brücke um Licht zu kommen, so ist das sehen, was das ist. Er hat niemals mehr so ein Fas gerät als das. Und mein Bruder verprast das rein alle. Und das kann treten. Du magst ein Grote Fas und ich so immer. Ähnlich haben die viele andere waren alle Freude die ich nicht an sich gewas. Weil ich einmal sagte die sind der Bus in wo Friede word ich so Mensch. war eigentlich mal so Friede worden. Wo ich habe Gott dem Friede ich habe in die Sünde was ich habe getan. Ich wollte einer sehen mal zu mir ich habe in Süper geworden. Ich Ich habe in Diest Leben und ich wüsste nicht wo ich will und ich habe in den dunkle Kleid und alles hat ich habe und habe ich noch nicht Friede und Freude Das hat ich versaut und verhört alles Leben und dann kommt der Trey und die Checks schafft die Friede Ich kann nicht das ist wer wir manchmal sind. We we kommen nicht am le Wir kommen nicht durch, wo Gott uns will haben. Und Gott mag kein Unterscheid, wo viel Sünde hast. Gott will bloß in deinem Wort sein. Das war mir so interessant, wenn wir das neue Band lesen, was Gott hat getan, oder noch länger, duzende Jahre. Dann verspricht er, was von dir mit mir passiert. Die Sünde hat er dann alle ausgestreckt. Er wusste, die Sünde muss er ausgestreckt auf diese Welt, aber er kann ihm gewöhnen. Und wenn er ihm gewöhnt, dann ist er das Leben.